Das Fichtlgebirge ist einfach wunderschön! Aber es hat für euch auch seine Herausforderungen. Manchmal ein Sauwäder, ab und zu ein bisserl viel Verkehr und meistens weiß man nicht, was man wenn wann machen soll. Und genau da hilft dir die neue Fichtl-App. Damit wisst ihr immer, wo im Landkreis richtig was los ist. Hallo, weil du am schnellsten tolle Ausflugsziele erreichst. Aktuelle News zum Wetter und über den Verkehr. Weiterfahren, weiterfahren. Inspirationen, wo du gut übernachten und nette Leute treffen kannst. Und das Beste, Augmented Reality. Was ist denn das? Augmented Reality. Werner, ganz einfach. Die App zeigt über die Kamera die Highlights des Fichtlgebirges. Sag ich doch. Also, holt euch jetzt die neue Fichtl-App. Sofort! Ich warte. Die haben wir jetzt sogar eingebaut, wo man am schnellsten das nächste Klo findet. Das ist von allerhand. Hat für euch überhaupt irgendwer ein Klopapier dabei? Achtung, Achtung, eine Durchsage. Pass auf, werner, schau bloß, dass du nicht zum Bereich hinbekommst. Ich warte. Das ist das. Vielen Dank.